guck mal dein geld du bist neben mir 37 meter bei mir shop beim shop sind hier 43 meter wo runter wurde wo soll ich hingehen zum shop also isaac am shop ist einer ja jetzt keiner mehr da wie du im sergeant mehr bei mir im ich weiß ich weiß ich will mich noch da im shop wo ich ohne drohne ja die sind über uns was soll ich wen eingeladen haben ich weiß nicht ich habe keine Ahnung 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 braucht ihr Platten du 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 20 Meter vor er hat gerade was angezeigt 20 Meter vor uns Nordwest 13 Meter die sind alle über die müssen wieder hier hin wo die wir müssten hier raus hier von da und dann hoch in den Treppen oder habt ihr eine Gasmaske kann zu kaufen gehen 3000 44 Meter nach Norden in der Richtung okay alles gut wir sind wir erst mal safe hieri und eigentlich ich darüber sie gegen die draußen macht gar nichts was auch hinten noch bei uns 21 mit alle bei euch er ist k.o. oder einer? kommt die her, kommt die her tot, tot, kommt her wir haben shipbrake, wir haben shipbrake komm, komm in die zone rein lass mich in die zone rein, egal, egal, alles gut hey, ich brauche platten alle nachladen haben wir hier irgendwo nichts hohenstille ich habe keine maske, ich wusste ich habe keine maske, ich habe keine ich habe keine ich habe keine ich habe keine drei einzelne teams noch einer hinter mir schick mal ein diesmal ein dieser Mit wem hast du wieder Wind geholt? Ja oder Mertan, du bist ja mein Glücksspringer. Wieder ich. Der Wind war wichtig. Jetzt können wir schlafen hier. Ich zwei. Ich hab dir ein Video geschickt, da sieht man das. Wollt ihr noch mal spielen? Warte, 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 warte. Ich hab drei. Fünf hat, kommt nur. Fünf. Ich hatte einen, ich bin aus dem Gulag gekommen, ich hab vier. Wir spielen noch mal, ja?